Vitamin B12 ist eine völlig unterschätzte Substanz, lebensnotwendig und vielfältig einsetzbar. Erfahre, was dieses Vitamin charakterisiert, was es für Eigenheiten hat und wie du es dir zunutze machen kannst. Und wenn dir mein Beitrag gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Das größte Problem mit Vitamin B12 ist, dass es in unserem Gesundheitssystem kaum Beachtung findet oder in falscher Form, Menge oder Verbindung eingenommen wird. Dabei kann Vitamin B12 praktisch nicht überdosiert werden. Der unentdeckte Mangel in Deutschland ist enorm und das liegt zum einen mal wieder an unserer Lebensweise und am steigenden Arzneimittelkonsum, bedingt durch die immer weiter zunehmenden chronischen Krankheiten und das fehlende Bewusstsein für diese wichtige und vergleichsweise so preisgünstige Substanz zur Gesunderhaltung und in der Therapie. Wofür brauchst du denn überhaupt Vitamin B12? Dieses Vitamin ist an allen handwerklichen Prozessen im Körper beteiligt, wo bestimmte Strukturbestandteile zum Aufbau anderer Substanzen eingesetzt werden müssen. Wie ein Maurer auf dem Bau die Steine Stück für Stück aufeinandersetzt, so sorgt Vitamin B12 für eine Methylgruppenübertragung bei Zellneubildung. Da sich der Körper ständig, also jede Sekunde, Tag und Nacht in einem andauernden Abbau, Umbau und Neubildungsprozess befindet und immer genug Energie für diese lebenswichtigen Funktionen gebildet werden muss, muss immer genug B12 vorhanden sein, um das alles überhaupt zu gewährleisten. Kein Bauarbeiter, keine Mauer und kein B12, keine Zellneubildung und keine Vermehrung unserer Erbsubstanz-DNS und keine ausreichende Energiegewinnung in den Mitochondrien, keine Entgiftung vom arteriosklerotisch wirkenden Homocystein, deutlich weniger Abbau von Stress-Stickstoffmonoxid und anderen freien Radikalen und keine gute Nervenreizleitung. Ich beschreibe dir die Folgen jetzt etwas genauer. Alle Körperzellen werden ständig erneuert. Haben wir dafür zu wenig B12, so ist unsere Regeneration vermindert. Gut erkennen kann man das bei stärkerem B12-Mangel am Blutbild. Der Körper bildet weniger, dafür aber deutlich größere rote Blutkörperchen. Der Wert im Laborbefund ist das sogenannte MCV. Das ist ein Wert für das durchschnittliche Volumen eines Erythrozyten, also eines roten Blutkörperchens. Hier musst du besonders genau sein und auch kleine Abweichungen, in diesem Fall nach oben hin beachten. Im Extremfall kann es auch sein, dass von allen Blutzellen nicht mehr genug gebildet wird, mit den entsprechenden Konsequenzen. Verminderte Immunabwehr, starke hörte Blutungsneigung und totaler Sauerstoffmangel mit Schwäche. Homocystein ist ein Eiweiß, was aus dem Methioninstoffwechsel entsteht und unbedingt wieder umgewandelt werden muss. Dafür ist unter anderem auch Vitamin B12 notwendig. Ein hoher Homocysteinwert ist ein wichtiger Risikofaktor für Arteriosklerose und nicht unbedingt ein erhöhter Cholesterinspiegel. Der angestrebte Wert von Homocystein sollte zwischen 6 und 8 Mikromol pro Liter, also deutlich unter 10 liegen und nicht einfach nur unter 12, wie es die Labore als Grenzwert angehen. Bist du in irgendeiner Form im Stress, so bildest du viel mehr Stickstoffmonoxid, also in O. Gerade dafür ist Vitamin B12 ein hervorragender Aufräumer, der dieses im Übermaß hergestellte Molekül in unreaktivere und damit unschädlichere Stoffe umwandelt. Die Impulse unserer Nervenbahnen müssen in deinem Körper teilweise weite Strecken in extrem kurzer Zeit, also in Millisekunden, überwinden. Damit unsere Nervenkabel vor Impulsverlusten geschützt sind und die Reizweiterleitung über längere Strecken, zum Beispiel vom Kopf bis in die Beine, so super schnell möglich ist, werden diese Nerven von speziellen Myelinscheiden ummantelt und damit nach außen hin abisoliert. Das klappt aber nur mit einer guten Versorgung mit Vitamin B12. Ein Mangel an B12 kann daher auch Empfindungsstörungen in den Extremitäten bis hin zu Lähmungserscheinungen hervorrufen. Das ist leider gar nicht so selten bei älteren Menschen und es wird dann eher ihrem hohen Alter als einem B12-Mangel zugeschrieben. Das Schlimme ist, dass diese Folgen ab einer gewissen Intensität nicht mehr umkehrbar sind. Das Schöne ist, dass Vitamin B12 bei all seinen Aktivitäten eigenverantwortlich arbeitet. Das heißt, es benötigt nicht, wie zum Beispiel Vitamin A oder Vitamin E, noch andere Antioxidantien, die es selbst nach seinem Einsatz wieder quasi entgiften müssen. Warum haben wir nun in Deutschland, wo sich die allermeisten so richtig satt essen können, solche Probleme, den Bedarf an Vitamin B12 zu decken? Die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, beziffert den täglichen Bedarf an B12 mit 4 Mikrogramm. Der Bedarf real, also in einem immer wieder stressigen Leben, ist aber um ein Vielfaches höher. Ich verlinke dir hier ein Video, in dem ich auf den Bedarf an Mikronährstoffen in unserer heutigen Welt eingehe. B12 kann nur über tierische Lebensmittel aufgenommen werden. Also haben vor allem Vegetarier oder Veganer Schwierigkeiten, den Bedarf zu decken. Aber auch ältere Menschen und solche, die sich modern, industriell ernähren, Kranke, Gestresste, Sportler und Menschen, die chronisch bestimmte Medikamente einnehmen, sollten ein besonderes Augenmerk auf ihren B12-Spiegel haben. Wenn du deinen Spiegel an Vitamin B12 im Labor überprüfen lassen möchtest, so solltest du nicht einfach die Gesamtmenge im Blut ermitteln lassen, was viele Ärzte gerne veranlassen. Diese eiweißgebundene B12-Menge umfasst zu 70 bis 85 Prozent auch nicht aktive B12-Eiweißverbindungen, die für dich einfach nicht wirksam sind. Eine gute Aussage, wie es um die Menge an aktivem B12 in deinem Blut aussieht, kannst du aber entweder über die B12-Transcobalamin-Fraktion ermitteln lassen. Hier sollte ein Wert an die 100 Picomol pro Liter angestrebt werden oder auch mehr oder über den Methylmalonsäurespiegel aus dem Urin. Der steigt nämlich, wenn zu wenig Vitamin B12 vorhanden ist. So, jetzt weißt du eine ganze Menge über Vitamin B12, seine Wirkbereiche und wie du ein aussagekräftiges Bild über deine Versorgung bekommen kannst. In meinem nächsten Video zeige ich dir, was du beim Kauf von Vitamin B12 beachten musst, bezüglich der Aufnahmeschwierigkeiten von B12, bezüglich den verschiedenen Verbindungen, die angeboten werden und bezüglich deiner anderen Arzneimittel, die du eventuell nehmen musst und die eine gute Versorgung an Vitamin B12 noch zusätzlich erschweren. Also bis dahin, alles Liebe, deine Sabine.